Hallo Menschen, trotz leichter Krankheit möchte ich heute etwas für mich eher ungewöhnliches rezensieren, nämlich eine Liebesgeschichte. Und zwar handelt es sich dabei um Am grünen Rand der Welt von Thomas Hardy. Das ist ein britischer Klassiker aus dem Jahr 1874, den ich zwar schon mehrmals bei britischen oder englischsprachigen YouTubern gesehen habe, aber so richtig aufmerksam geworden bin ich wie viele Menschen erst dieses Jahr, weil der Roman dann verfilmt wurde. Ich sah den Film zuerst, weil mich so meine halbjährliche Jane Austen-Stimmung überkam und schon während des Schauens gab es mehrere Stellen, an denen ich mir sagte, oh, das war jetzt bestimmt im Buch besser. Also ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie man das in einem Roman verarbeitet. Und ich meine, der Film macht sein Ding, er war unterhaltsam, musste ja aber bestimmt vieles kürzen. Jetzt im Nachhinein, wo ich beides konsumierte, bin ich Frevler mir nicht mehr so ganz sicher, was mir denn besser gefallen hat. Aber von Anfang an. Diese Geschichte spielt so in einem kleinen südenglischen Ort und wir bewegen uns hauptsächlich im Farmer- und Großgrundbesitzer-Milieu. So mehr oder weniger im Zentrum steht die junge Bathsheba, die neu in der Gegend ist und durch gewisse Umstände eben auch in eine neue Lebenssituation gerät. Aber viel wichtiger, drei sehr unterschiedliche Herren wollen sie zu ihrer Frau. Das heißt, wir haben hier nicht nur dieses unsägliche Liebesdreieck, wie man es aus YA-Geschichten kennt, nein, wir haben sogar ein Viereck. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eigentlich auch schon alles, um was es geht. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich zum Beispiel den Klappentext unter normalen Umständen eher so ein bisschen albern. Ich lese ihn kurz vor. Bathsheba ist jung und schön, stolz und unabhängig. Drei Männer begehren sie. Wird sie die richtige Entscheidung treffen? Das ist eigentlich nicht so meins. Ich habe mir das immer so ein bisschen schön geredet mit, ja, es ist ja ein Klassiker und es war auch wirklich unterhaltsam. Wir haben mit Bathsheba auch wirklich eine gute Protagonistin, denn ja, sie ist stolz, sie ist aber auch eine starke Persönlichkeit. Sie hat viel dazu zu lernen, ist aber ambitioniert. Sie möchte jetzt in diesem, ich sage mal, ich will es euch nicht verraten, aber so in dieser neuen Situation, in dieser Gerät möchte sie sich beweisen, was eher ungewöhnlich für die damalige Zeit ist, dass überhaupt eine Frau an diese Stelle kommt. Und ich fand sie sympathisch, ohne fehlerfrei zu sein. Also es gibt einige Momente, da mag ich sie vielleicht als Mensch nicht, aber als Charakter in einem Buch ist das sehr gut. Manchmal, finde ich, merkt man trotzdem so ein bisschen diesen männlichen Blick, dass es ein männlicher Autor ist, denn es gibt so Aussagen des Erzählers, der sagt, naja, Frauen sind nun mal so und so. Um euch ein Beispiel zu nennen. Im Allgemeinen dürfte es sich ja so verhalten, dass der Mann heiratet, weil er eine Frau in Besitz nehmen will, und dass sich die Frau in Besitz nehmen lässt, weil sie heiraten will. Solche Sachen. Oder es gibt immer Momente, in denen Bathsheba zu einem der Männer sagt, ich kann euch nicht heiraten, ich liebe euch nicht. Und die reagieren alle so mit, ja, wo ist das Problem? Ich habe euch nicht gefragt, ob ihr mich liebt, sondern ob ihr mich heiraten wollt. Aber genauso toll gibt es gegenteilige Momente, die ich sehr amüsant fand, wenn Männer Bathsheba zum Beispiel von einer Hochzeit vorschwärmen und sagen, das wäre so toll, wir hätten eine schöne Feier, wir würden tolle Kinder kriegen, ich wäre immer für euch da, ich würde euch alles geben. Und sie antwortet somit, ja, das Problem an einem Heiraten ist, wie er schon sagt, dann wäre der Mann halt immer da, und wer will das schon? Oder wie sie es dann noch ausführt, im Sinne von, ich will damit sagen, dass ich nichts dagegen hätte, eine Braut bei einer Hochzeit zu sein, wenn ich dazu kein Bräutigam brauchen würde. Und das waren durchaus amüsate Stellen für mich. Sie ist aber nicht unsere einzige Protagonistin, ich würde sagen, der Film dreht sich viel mehr um sie, beziehungsweise erzählt das Ganze eher so ein bisschen aus ihrer Sicht. Hier schwankt das eigentlich zwischen ihr und so ein bisschen dem Farmer und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, im Film sind bis auf die Figur, die auch tatsächlich unsympathisch sein soll, alle Figuren noch etwas sympathischer. Also Bathsheba zum Beispiel packt viel mehr mit an, die macht selber mit. Da gibt es so eine tolle Szene eigentlich im Film, wo die mit in so eine Schafstränke, Schafswäsche eigentlich eher mit reinspringt und die Schafe säubert. Das würde sie im Buch nie machen. Sie ist viel distanzierter, ist auch nie so richtig bei ihren Angestellten. Und das hat aber zur Folge, dass man im Film teilweise nicht versteht, warum sie Dinge tut oder warum sie sich besonders für diesen einen, eher unsympathischen, interessiert. Im Buch ist das viel besser, denn sie ist, wie gesagt, sie ist eitel und der spricht halt genau das an, was man im Film, glaube ich, nicht wirklich versteht. Bathsheba ist hier halt nicht ganz so bodenständig wie im Film. Und deswegen fand ich es eigentlich gut. Man konnte viel, viel besser nachvollziehen, was sie an den einzelnen Männern findet, was im Film, was für mich, finde ich so von der ersten Sekunde an klar, so Mensch Mädel, nimm doch den. Was aber halt hier insofern besser ist, wenn man versteht, was sie eigentlich für Probleme vielleicht mit dem einen oder dem anderen hat. Die Sprache ist durchgängig sehr leicht und einfach. Ich hatte anderns überlegt, welche Ausgabe ich mir eben kaufen sollte und las eben in die deutsche Übersetzung rein, fand die so ein bisschen unbeeindruckend und schaute mir dann aber online das englische Original an und muss sagen, das ist genauso. Also für mich hätte es ehrlich gesagt gern noch einen Tick gehoben irgendwie sein können, denn ich fand es sehr überraschend, dass ich den Klassiker dann wirklich so rein so Unterhaltung las. Es gab hier keine irgendwie schwierig formulierten oder vielleicht auch sehr, sehr, sehr schön formulierten Stellen, sondern es war wirklich so eine ganz normale Geschichte. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, der Lust auf so eine leicht dramatische, aber elegante Liebesgeschichte hat. Zum Beispiel musste ich beim Lesen immer an Vilja denken. Falls du zuschaufst, ich glaube wirklich, dass das etwas für dich wäre. Es ist halt etwas, einfach etwas mehr als so die Liebesgeschichten heutzutage, etwas schöner, eleganter, aber trotzdem wirklich nicht schwierig zu verstehen. Ich habe von anderen gehört, dass Thomas Hawley grundsätzlich sehr, sehr viel Kommentare zur sozialen Klasse in seinen Büchern mit aufarbeitet. Meiner Meinung nach geht das hier hinter der Liebesgeschichte wirklich unter. Ich meine, wir haben Beshiba, die da so versucht, ein Leben aufzubauen in einer Zeit, in der das für Frauen noch sehr schwierig war, jetzt ohne einen Mann, die in einer Stelle ist, die halt sehr ungewöhnlich für Frauen ist. Aber drumherum ist halt wirklich viel, viel Liebesgedusel. Also wem das nicht gefällt, der wird hier wahrscheinlich nicht so bedient. Und allgemein kann ich auch sagen, dass es von mir halt vielleicht keine uneingeschränkte Empfehlung gibt, auch einfach, weil das für mich so ungewöhnlich ist. Es ist halt eine Liebesgeschichte. Aber ich glaube, dass es da wirklich einen ganz, ganz großen Leserkreis für gibt. Denn es entsteht wirklich eine schöne Stimmung. Im Film fand ich es zum Beispiel großartig unterstützt durch diese Landschaftsaufnahmen. Das ist nämlich auch etwas, was Thomas Hardy wirklich gut vermag, so die Natur zu beschreiben, ohne dass jetzt drei Seiten Tolkien-Exkurs langweilig wird, sondern es ist ganz, ganz angenehm. Und ich habe wirklich Lust, nach Südengland zu fahren, nach dem Film vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, für eine stimmungsvolle Liebesgeschichte empfehlenswert. Jetzt für einen gehobenen Klassiker, der die Zustände der damaligen Zeit beschreibt, vielleicht eher nicht. Aber es war immerhin so gut, dass ich mit Thomas Hardy auf jeden Fall weitermachen möchte. Und vermutlich mit Tess. Aber ich werde mal schauen. Vielleicht hat ja einer von euch schon was gelesen und kann mir sagen, was als nächstes empfehlenswert wäre. Ich weiß, dass es drei Bücher in dieser hübschen deutschen Ausgabe gibt, die ich mir dann vielleicht auch in der deutschen Übersetzung eben kaufen will. Ansonsten ist es mir eigentlich egal, ob deutsch oder englisch. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.